Eißelstein Eißelstein ist die einzige deutsche Kriegsgräberstätte in den Niederlanden. Und vor einiger Zeit sahen wir uns einer Diskussion im öffentlichen Raum ausgesetzt, dass die Inschrift, die wir im Zentrum Eißelsteins an einer Mauer hatten, dass diese Inschrift problematisch sei. Ich verstehe, wenn ich erst gelernt habe, dass es viele Jahre von Diskussionen gab. Denn es ist so ein Sensitive Thema. Auf der einen Seite haben wir die Familien der Soldaten. Auf der anderen Seite haben wir die Familien der Victims. Oder in vielen Fällen, da ist niemand zu erinnern. In diesem Sinne, ich bin sehr froh, zu sein, zu erinnern, zu erinnern. Das ist ein Arbeit, das in irgendeinem Weise versucht, die Justiz zu den Verwaltungen zu tun. Zum ersten Mal ehren wir auf einem deutschen Soldatenfriedhof auch die zahlreichen Opfer des nationalsozialistischen Regimes, der Besatzungszeit. Das ist neu. Um so weit zu kommen, haben wir viele Menschen eingebunden. Es war ein langer Prozess der Diskussion, wie wir das machen, mit wem das machen. Wir haben uns mit Nachfolgern von Opfern, wir haben uns mit der jüdischen Regierung, wir haben uns mit der jüdischen Gemeinde zusammengesetzt und wir haben darüber nachgedacht, wie machen wir das? Wie machen wir das würdig? Wie machen wir das so, dass allen Menschen, die Opfern waren, hier gedacht werden kann? Sie sagte nämlich aus, hier ruhen 32.000 deutsche Soldaten. Und diese Inschrift ist nicht richtig. Sie verallgemeinert die Toten, die hier in Eisenstein begraben sind. Und deswegen begannen wir unter der Leitung der Deutschen Botschaft einen Prozess der Diskussion und der Auseinandersetzung, insbesondere mit der betroffenen jüdischen Gemeinde in den Niederlanden. Während dieser Diskussion hat der Volksbund die Überzeugung gewonnen, dass es notwendig ist, auch an die Opfer deutscher Kriegshandlungen in den Niederlanden zu erinnern. Und dass man nur einen Teil der Wahrheit des Krieges begreift, wenn man in Eisenstein ist und die vielen tausend Gräber um sich herum sieht. Es gibt eben auch über 100.000 Gräber, die man nicht sehen kann, weil sie nicht existent sind, weil wir diesen Menschen ein Grab verwehrt haben. Und es ist eben ein Akt der Versöhnung und der Menschlichkeit, auch an diese Opfer zu erinnern. Ich denke, es ist schwierig, als eine Aufgabe, weil wir zwei, wir haben, kompeten, memories zu consider. Auf der einen Seite, wir haben die Familien oder die Menschen, die sterben. Aber natürlich, das war eine occupierende Kraft, das das die Menschen der Niederlanden, die verschiedene Bevölkerung, die Jewish Bevölkerung, Sinti und Roma, die Mitgliedern der Ressistenz, eine Seite von über 40.000 Gräber, ist komplex. Ich denke, dass es ein wichtiges Böden gibt, nicht nur für die Joodse Gemeenschap in Niederland, aber weil es eine Böden gibt, denke ich, dass es für die Joodse Gemeenschap sehr gut ist. Das heißt, dass es auf dieser Platz, wo auch zware criminelen liegen, die uns vermoord haben, dass da ruimte wird gegeven an sie die vermoord sind, dass sie keine Graf haben gegeben. Das ist ein bisschen erkenning, aber auch ein wichtiges Böden. Wir waren best eine große Gemeenschap in Niederland, und da ist 80% von vermoord. Weil da auch die moordenaars liegen, dann zu tunen, was mit den Menschen die vermoord sind, und sie dann hier, hier ein Platz zu geben. Ich denke, dass das sehr wichtig ist. Mein Betrokkenheit bei der Tweede Wereldoorlog ist, ouders in verzet, und selbst Kind von der oorlog, Burgeroorlogs getroffen. Vlak bevor ich geboren wurde, war es in Rotterdam. Januari 1941 nach Arnhem. Und da kriegst du vergissingsbomment von 22 Februari 1944, woher mein vader, broertje und ich unter puin kamen. Und da kriegst du september 1944, marketcarden, und dann müssen wir der Stadt nach Dieren und da vallen wieder bommen. Mein dachte, das ist so heftig, ich nehme meine Kinder in bed, dann ist es gezamenlich Ende. Dann wandelten wir noch einmal von Dieren nach Rotterdam, verzet und essen nach der Familie in die hongerwinterperiode und wir wieder zurück von Rotterdam nach der Nordrand von der Veluwe und dann in Hulshorst mache ich die Bevriiding mit. Als ich ein mögliches Projekt fand, dass es wichtig ist, dass es hier ist, dass es hier Niederlanden sehr visible war. Ich habe einen sehr centralisenden Ort, Memorial Circle und Memorial Cross im der Semester auf der Hals der Hals ist der Körner im Körner in der und Körner von der Körner und Körner und öffnen einen neuen Raum. Es macht es auch klar, dass die Architektur-Statement, die Memorial-Statement von der Post-War-Perioden ist nun re-Considered, um eine Garten integriert in die Cemetery und die Situation in die Cemetery coexisten. Da sind fünf Stela. Sie sind fast wie die Tür, die Sie in, die Sie durch die Circle bringen. Sie representen die vier verschiedene major sites of Nazi terror, German terror during the occupation. And they are positioned in an imaginary map of the Netherlands. On the first Stela is the phrase, which we all know, nie wieder, never again, nooit mehr. And here behind we see the title. Here was originally the stone with an inscription, which was actually inaccurate. and they are designed to integrate visually into the with the surroundings, to interact with the surroundings and maybe a dialogue between the past and the present and the future. And there were decades of hard work, to come together again. It was the story of an explosion. It was also the story of a destruction. And it was the story of a bitter war. And this war the story of a bitter war. And there was a lot of things that we have been working on, and that we have been working on for the first time, and that we are working on this building. we work on this church, and also on the stage where I talk about it, that is, in a meeting place, werden nächste Generationen sich darüber beugen können, die Vergangenheit kennend die Zukunft dann auch gestalten können. Deshalb ist es ein exzellenter Platz, um von hier ausgehend zu gucken, wie war die Geschichte, was ist passiert, was haben wir daraus gelernt, wie wollen wir, dass die Zukunft aussieht, nämlich anders, und was sind die Lehren, die daraus ziehen. Und ein Besuch hierher ist eine sehr gute Geschichtsstunde, eine lebendige Geschichtsstunde, aus der wir Lehren ziehen wollen. Für uns eben sehr, sehr wichtig, dass wir vor allem in die Zukunft gucken, hier lernen, was ist alles schiefgegangen, und daraus unsere Schlüsse ziehen. Musik Kijk, IJsselstein geeft aan de waanzin van een regime wat gericht is op eigen volk eerst. En als je daar loopt, dan zie je dat een hele generatie jonge mensen daardoor vermoord is. En ik vind dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de toekomst dat die veilig is en er geen rechtsextremistische regimes meer aan de macht kunnen komen. En dat is mijn drijfveer geweest om daar wat te vertellen. Ik ben kind van verzetsouders, sta op een begraafplaats van daders. En dat racistische aspect en antisemitische aspect, wat een belangrijk aspect was van het nazisme, dat moet je te voort en te zwaard kunnen bestrijden. Wat misschien nog minstens net zo belangrijk is, is het geluid naar buiten, het tonen, het onderrichten van die jeugd voor de toekomst. En als je wil dat de samenleving alert is op een verkeerde kant opgaan, dan is het belangrijk dat er onderwijs wordt gegeven. Je kan een kunstwerk hebben waar je het abstract is. En dat is prachtig, dat kan schitterend zijn. Iedereen kan er iets bij zich voorstellen, kan er van maken wat hij wil. En wat mij dus treft in dit kunstwerk is dat het niet abstract is. Dat naarmate iets dichterbij is, is het toch meer confronterend en bekijk je er toch anders tegenaan. Het was om de hoek, het was niet daar de Duitsers ver weg. Nee, hier. Dus dan denk ik dat er heel duidelijk naar voren wordt gebracht in dit kunstwerk. Die daar mensen staan, het is heel dichtbij. Maar ook educatief is dat belangrijk. Wat ver weg is, is geschiedenis. Wat iets dichtbij is, dat is een deel van jezelf. Oorlog is niet zwaard weten. Oorlog geeft nuances. En oorlog is altijd doden. En dan is die combinatie hier van de daders en de slachtoffers, dat samenbrengen, dat is denk ik een hele zichtbare broodschap. Want dat is oorlog. En dat wil je niet. Dat moet je niet willen. En dat wil je, dat is een idee. Dat wil je ook niet. Dat wil je niet meer. Christen paarsal. Maar werde je niet over compatibility om zo'n model. Maar u zo'n moment voor me zeer thاتje. Wat voor mij. Maar ik zeg je niet in de te da even zoën met dat dan zie je niet. Verle ze niet in de Ziel Market als de school